Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft 1.9 und ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier unser Häuschen samt Terrasse fertig gebaut, sag ich jetzt einfach mal. Also ist jetzt alles komplett fertig bis auf hier das. Da werde ich jetzt nochmal Schafe suchen gehen. Ja, hier sind doch schon ein paar Schafe. Komm mal her. Ja, so, weil wir brauchen ja rote Wolle und keine weiße. Dann sind noch mehr Schafe. Okay, das ist gut. Und ja, ich muss jetzt leider Masterbillers auf morgen Abend verlegen. Morgen Abend bin ich ja wieder nicht zu Hause. Da nehme ich schon mal einen Laptop auf. Ja, sorry. Geht eben nicht anders. Da oben habe ich keinen PC und ja, 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 bla, bla, bla und hast du nicht gesehen und so. Yo. Dann kommt morgen Abend wieder Masterbillers. Und ich mache es vielleicht so, dass jeden Freitag immer Masterbillers kommt und what the fuck sind hier viele Schafe. Alter, guckt euch das mal an. Wie geil. Und draußen rabbelt Skars Telefon. Kein Plan, wer das ist. So, vielleicht wieder so ein scheiß Internetanbieter, wie heute Morgen. Äh, heute Mittag. Sorry, heute Mittag. Puh. Und was auch gut ist, ich habe wieder die Aufnahmezeit oben in der Ecke mit dem Loilo. Und, ähm, sagt doch mal, das ist wirklich eine geile Auflösung, oder? Eine bessere wie mit Shadowplay. Okay. Und ich kann auch jetzt, äh, ich glaube, mit dem Loilo Game Recorder kann man bis zu, ähm, ein paar, ich glaube, bis zu sieben Stunden aufnehmen. Aber das werde ich nie tun, sieben Stunden aufnehmen, weil, ja, es wäre schon geil. Dann könntet ihr ein Video an einem Stück gucken, aber erstens würde das zehn Jahre laden mit schlechtem Internet. Bei euch auch, wenn ihr schlechtes Internet habt, dann wird es auch schlecht schlagen. Ein gelle Schaf. Alter, bald ein Steak Wolle. Und komm, lass mich doch mal hier hoch. Mamma mia, dieses Schaf, dieses Schaf, wirklich, dieses Schaf. Und ich würde sagen, wir machen wieder hier, äh, doppelt Ausrüstung. So, jetzt haben wir hier ein Schwert und hier neben die Schere. So, jetzt gehen wir mal noches Schäfchen hier. Abernten. Ja, okay. Und da hinten sieht man das Haus in der Fernseite. Alter, das ist einfach so geil. Und ich habe die Musik auch jetzt extra ein bisschen lauter gestellt, weil es einfach so episch. Dann ist ein Urwald, hey. Und, what the fuck, wie viel Wolle bekommen wir denn heute, Leute, liebe Freunde, der Minecraft-ischen 1.9-Unterhaltung? Wie viel Wolle bekommen wir denn? Ei, 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 ei. Hier ist ja ein schönes Schafparadies. Ich glaube, hier bleiben wir, oder? Ich glaube, ich muss noch mehr Blumen sammeln. Eie, ei, ei, ei. Das wird richtig viel an Wolle. Ja, guckt mal hier. 64, 14 haben wir schon. Alter, es ist viel. Das ist noch mehr. Das wächst ja alles wieder nach. Ist auch das Geile. Das heißt, ich kann doch mein Wollenhaus... Dings, jetzt habe ich es gesagt, was ich später bauen möchte. Ich wollte nämlich so eine Lounge aus Wolle bauen, so eine Chill-Out-Lounge. Wenn man mal keinen Bock zum Bauen hat, geht man einfach rein, macht eine Schallplatte an und lässt es sich gut gehen. Ja. Wollte ich nämlich aus Wolle bauen, unterirdisch. Hatte ich vor. Also, es ist noch nicht bestätigt. Ich hatte es vor. Gelleschaf. So, jetzt kann das hier ja dann theoretisch... Äh, wieder weg. So. Mit der Schere geht Wolle immer noch am schnellsten. Stopp. Ähm. Spinnnets lassen sich auch schnell abbauen mit einer Schere. Ja, okay. So. Alter, wie geil. Roten Teppich. Alter, ich freue mich gerade irgendwie voll. Hier einen roten Teppich verlegen zu dürfen. In dieser bescheidenen Behausung hier. So. Ja. Äh. Ganz schnell. Ich glaube, es kommen Monster, oder? Scheiße. Creeper. Holy shit. Okay, ich würde sagen... Äh, Schwert, Schwert, Schwert. Sind alle meine Kleider. Äh, what the fuck. Oh, sie ist geil aus hier. Mann, ich mag die 1.9. Die meisten von euch bestimmt auch. Und, oh ne, hier können Spinnen auf dem Dach sein. Das ist auch gut. Wir können jetzt gucken, ob Spinnen auf dem Dach sind oder nicht. So, hoffentlich kein Creeper. Komm, wir gehen einfach mal auf Creeper-Jagd. Scheiße, jetzt mittlerweile, wie man gegen Creeper kämpft. Halten die jetzt mehr aus? Jo, die halten mehr aus. Alter, halten die viele aus. So. Und er droppt 2 Schwarzpulver. Schwarzpulver droppt er. Alter, ich mag die Version. Und wir müssen auch jetzt mal noch Eisen zuhnen. Weil ich möchte ja heute ein Dings bauen. Ein, äh, Schutzschild. Deswegen müssen wir uns mal auf eine Begegnung. Und ich hab grad wieder Voll-FPS-Drop. Ne. 516 FPS hab ich grade. Bei mir sieht's aus wie bei, wie 20 FPS. Ja, liegt wieder an dieser Game Capture HD. Weil ich hab ja, Dings, ich hab ja, ich benutze ja HD-Modus bei meiner Game Capture. Und, ähm, Eisen wird doch hier irgendwo sein, oder? Hier ist viel Kohle, seh ich grade. Oh, da können wir uns mal ein bisschen was mitnehmen hier. Ja, und heute wär ja auch nochmal ein Video, äh, mit meinem Kumpel gekommen. Nur, heute Mittag ist ja eh keins gekommen. Weil, ähm, es wurde eben leider abgesagt. Eben, dass derjenige hierher kommt. Kann ja passieren. Deswegen, es wurde abgesagt. Und deswegen hab ich auch heute Mittag kein Video gemacht. Weil es allein irgendwie ein bisschen langweilig war heute Mittag. Hab ich dann einfach so gedacht, komm, ich geh mal ein bisschen raus. Bin dann eben ein bisschen rausgegangen, so. Jo, bisschen spazieren, so. Jo, 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 lalalala. Das waren dann das Müllers Lust und so. Und, ähm, ja, dann kam ich eben nach Hause grad vorhin. Und dann mach ich jetzt eben diese Aufnahme. Ein schöner Tag an der frischen Luft mal gehabt. Hier, wirklich. Also, das war wirklich richtig gut. Und, äh, es ist grad ein Leck extrem. Okay, an was liegt es denn, Minecraft? Verrate mir es. Liegt es an der Game Capture? An der Grafikkarte liegt es nicht. Ich meine, Leute, das ist Minecraft. Wenn ich jetzt die Aufnahme beende, habe ich genauso viel FPS. Nur es leckt dann eben nicht mehr. Kann ja aber auch sein, dass ich ein 120-Scherz-Bildschirm brauch. 124, sorry. Ja. Und wir haben kein Essen mehr. Das hab ich aber gleich geändert. Und wo ist hier eigentlich... Eisen, wo findet man denn hier Eis? Komm, hau ab. Kuh. Alter, was halten die alles aus mittlerweile in Minecraft? Oh. Sieben? Mit einem Schlag. Holler die, die Waldfeder. Haben wir ja schön was abgeräumt hier. Arcade-Mode. Arcade-Endless-Szenen. Und wieder auch, sorry, wenn der Aufnahme-Sold-Lags drin sind. Aber ich weiß nicht, woran es liegen kann. Minecraft. Du läufst gerade auf einen der besten Grafikanen der Welt. Was willst du eigentlich von mir, du Spiel? Bist du nur ein Spiel. Was willst du eigentlich von mir? Oh. Da ist ja auf der AMD R7 besser gelaufen. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich Minecraft nicht mit meinem Grafiktreiber ausführe. Äh, wartet mal. Das kann sogar stimmen, Leute. Ich führe ja Minecraft mit Standard-Grafik aus. Das heißt, Intel-HD-Grafik. Ich hab ja einen Intel Core i7. Der vierten Generation. Es kann sein, dass ich den nur mit der Intel-Grafik ausführe. Das heißt, wenn ich mit Nvidia mache, ist ja alles viel kraftvoller. Und wo ist denn hier Eisen? Auf der Suche nach Eisen. Ja. Ich hab, ich würd sagen, wir graben uns ein bisschen runter. Und, ja, es läckt gerade wie eine Sau. Aber guckt mal. 289 FPS. Es kann also nicht läcken. Boah. Minecraft trollt mich. Minecraft trollt mich. Ich bin wirklich. Und ich trink mal kurz was. So. Ein leckerer Tee aus Holunderblüten. Das ist der, der weiße Tee. Der weiße. Aus dem Edeka. Richtig geil. Der von Pfanner. Hier kein Product Placement. War nur eine Empfehlung von mir. Also, dieser Pfanner-Eistee. Der ist wirklich richtig gut. Und das war gerade irgendwie voll komisch. Dieses, muah. Ja. Ich geb keinen Kommentar dazu. Wir suchen ja Eisen. Aber haben bis jetzt immer noch keins gefunden. Und hier ist nur Kohle. Kuh. Wo ist Eisen? Gib mir Eisen, Mensch. Ich will doch nur ein Schutzschild bauen. Okay, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir finden hier keine Kohle mehr. Bauen uns aber noch ein bisschen Koh... Äh, wir finden kein Eisen mehr. Bauen uns aber noch ein bisschen Kohle hier ab, oder? Wie viel Kohle haben wir denn? 29. Ne, dürfte reichen. Wir haben ja den Kohlevorrat direkt vorm Haus. Wo ist denn hier Eisen? Hier muss doch irgendwo Eisen sein an der Oberfläche. Es weiß es ein bisschen... Äh, bisschen selten, dass hier mal... What the fuck? Du Scheiß-Lava. Hat mich gerade voll erschrocken. Ich hab gedacht, ich wär schon reingefallen. Hm. Okay. Also. Wir können schon mal hier... Ich kann das schon mal sagen. Kein Eisen. Kein Schutzschild, aber wir können ja... Ja, muss doch... Komm, Leute, wir suchen jetzt einfach Eisen. Also, jetzt ist wirklich hier... Äh... Strong Sashi gibt's jetzt hier. Ey, cool. Strong Sashi. Strange, strong. Strong. Warum... Äh, kann es nicht auch ohne Dings, ohne Eisen gehen? Vielleicht so ein billiges Wohnen bisschen hält, weil ich möchte ja nur mal demonstrieren. Gelle Kuh, wir wollen's ja nur mal demonstrieren. Ich würd sagen, wir wollen's einfach mal hier runter. Komm. Okay. So. Vielleicht finden wir ja was. Ne, jetzt wieder hier so komischer an den Seed. Ne, da geh ich jetzt nicht hin. So, zumachen, dass hier keiner reinfällt. Äh, Tier ist jetzt nicht schlimm, aber wenn ich hier langlaufe, dann weiß ich genau, dass ich hier wieder mit meinem Arsch reinplumse. Ich kenne mich ja, jeder kennt den Sashi-Style, der mich immer guckt hier. Jeder kennt den Sashi-Style. Er fällt irgendwo hin, stirbt und hat alles verloren. Das ist der Sashi-Style. Das ist angeboren bei mir. Irgendwie jederzeit zu sterben in irgendwelchen Spielen. Bis auf, also Call of Duty, das ist wirklich extrem, weil da bin ich grottenschlecht drin. Au, hau, ab. Als Singleplayer ist nett, aber Multiplayer, wegen den ganzen Hackern und alles. Brr, okay, ich gehe jetzt noch da hinten auf den Berg mit diesem schönen Wasserfall. Mein Gott, da muss man mal einen Screenshot machen. Also jetzt nicht für das Thumbmail, ähm, das Thumbmail ist ja was ganz anderes. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und, ja, der Screenshot war jetzt nur für Dings, ähm. Kann ich vielleicht irgendwie aufs Handy draufladen. Als Hintergrund wäre das schon geil. So ein Smartphone-Hintergrund. Weil ich meine, auf Samsung kann man ja vom PC Dinge ziehen. Obwohl, auf Apple auch, mit iTunes geht alles. Oh, hier sehe ich gerade was Schönes. Haben die, ah, die Blumentextur, Leute. Guckt mal, die Blumentextur ist nicht mehr da. Also wenn man die abbaut, war immer da so eine Standard-Textur. Blumen. Die ist auch nicht mehr da. Das haben sie behoben. Dankeschön, Mojang. Mojang AG. Hopp. Was passiert eigentlich, wenn ich die Grafik auf Dings stelle? Auf schnell. Äh, dann leckt's immer noch. Okay. Ich meine, ich kann nun mal alles anstellen. Aber wenn ich irgendwie mit den Schatten, dann ist das alles so dunkel bei der Aufnahme. Boah, Junge, Junge, Junge. Hier muss doch irgendwo Eisen sein. Alter, jetzt bin ich schon gleich wieder hier auf, ähm. 15 Minuten hier bei 15 Minuten angelangt. Dann hatten wir noch kein scheiß Eisen. Mann, 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 Kuh. Komm, ich stecke dir mal die Spitzhacke in den Arsch. Hopp. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, Mensch. Alter, willst du mich verarschen, du blöde Kuh? Komm. Boah, das gibt's nicht. Was ist denn hier Eisen? Hätte ich nur das Eisen am Anfang behalten. Und wo war eigentlich die Bonusdrohe? Die hatten wir doch aktiviert, oder? Hatten wir eine Bonusdrohe aktiviert? Uig, wo ist es nicht? Uig, wo ist es nicht, mein Lieber? Wenn, ist sie irgendwo am Spawn. Aber der Spawn ist ganz, ganz weit da hinten. Liebe Freunde, der... Äh, ja. Äh, ihr wisst es schon. Der Minecraft ist schon 1.9 Unterhaltung. Ja. Herr Alvi sind es wieder da. Aus den Skyblock-Folgen. Und ja, Skyblock kommt auch nochmal demnächst. Habe ich auch vor. Nach diesem Let's Play Skyblock... Skywalk, wollte ich gerade sagen. Skywalk, könnte ich auch nochmal hingehen. Könnt ihr euch ja wieder mitnehmen. Vielleicht so ein bisschen joggen da irgendwie. Was weiß ich. Kann man nämlich schön joggen da oben. Weil wenn jetzt Sommer kommt, mache ich ja eh wieder Sport. Gehe auch schwimmen und alles. Wenn ich eine wasserdichte Kamera hätte, könnte ich ja auch mal das Schwimmbad so filmen, wie ich so, ähm, Unterwasseraufnahmen habe. Und, nein. Ich weiß, was jetzt bestimmt einige denken, Unterwasseraufnahmen. Ja, nein. Ähm, Unterwasseraufnahmen sind nämlich, äh, was, was Seltenes. Also, ja. Ich meine, man muss eine iPhone-Hülle für 5 Euro kaufen. Das ist schon selten, Leute. Also, 5 Euro, das ist wirklich... Ach du Scheiße, da geht die Welpen da. Mensch, wenn ich eine wasserdichte Hülle für 5 Euro kaufe bei Amazon oder irgendwo, Ebay. Also, da kann man wirklich geile Unterwasseraufnahmen machen. Ja. Also, jetzt nichts Perverses, aber, ich meine, so Unterwasseraufnahmen ist schon interessant. Aber im Schwimmbad, äh, im Sommer ist da, glaube ich, viel zu viel los. Das kann man vielleicht an regnerischen Tagen machen. Weil, wenn es regnet, gehe ich am liebsten ins Schwimmbad, weil da gar keiner ist, dann kann man schön alleine schwimmen. Und, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so einer, der noch irgendwie so planscht oder so rumplanscht oder da rumspielt. Ich bin eher der, der gerne mal so Bahnen schwimmt. Vielleicht auch manchmal mal ein bisschen Ball, Wasserball spielt oder so. So hin und her werfen mit den Kumpels und so. Aber so, so rumspritzen, äh, das hörte ich gerade schon wieder so falsch an, rumspritzen. Äh, ich meine mit Wasser rumspritzen. Nicht, was jetzt bestimmt einige wieder gedacht haben. Nämlich mit Wasser rumspritzen oder so Leute verarschen, was weiß ich. Das ist jetzt gerade nicht mehr so, da bin ich irgendwie draußen aus diesem Alter. Oder irgendwie rumplanschen oder so. Ne, ich bin eher der Typ, der gern schwimmt oder auch mal vielleicht mal ein Spiel spielt oder so. Aber, über was rede ich hier eigentlich schon wieder? Über das Schwimmbad. Es ist, es ist immer noch Winter. Also Frühling, kann man fast sagen. Okay. Nach 10 Stunden labern haben wir immer noch kein Eisen gefunden. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann, äh, Eisen suchen. Und, äh, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Minecraft 1.9 gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer SashiLP. Ciao. 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 Ciao.